So Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Vlog beziehungsweise Stream-Ankündigung Also im Vlog ist das jetzt nicht, weil da kann man keinen Vlog nennen Auf jeden Fall, ähm, warte mal Ich hab da einfach nur bei Scenics zugeguckt Und um Scenics geht's morgen früh auch Also beziehungsweise um Jonas, also Und zwar, Leute Wir werden morgen um 12 Uhr, also um 12 Uhr morgens Oder ein bisschen später Irgendwie dann werden wir streamen Aus dem Grund, weil er heimlich Wegen seiner Mutter, weil die noch arbeiten muss oder so Keine Ahnung, ist mir natürlich auch egal Dann muss die, äh, hier den, äh Äh, ähm, äh Da kann er, da kann er GTA spielen Und das ist mal ne gute Sache, ne Dann werden wir mal Stadtunsicher machen Und, äh, ich hoffe, ihr haut rein, ne Und, ähm, ja 900 V-Works, wer kennt's nicht Ähm, ja Schaut auf jeden Fall morgen 12 Uhr Oder ein bisschen später In den Chat rein, ähm Ich mein, in den Stream bis Morgen dann Hoffentlich Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020